mich findest du immer ich habe mich immer dabei ich lebe mein leben im internet dort bin ich glücklich dort habe ich freunde dort kann ich sie treffen und abschalten weil immer ich will wir reden wir lachen wir weinen wir lästern wir verlieben uns digital hier sind die gedanken hier sind die träume auch der alltag findet hier statt ein ort wo ich mit rosa luxemburg diskutiere churchill die meinung sage und che Guevara küssen hier ist das wissen der menschen vereinigt revolutionen starten von hier und alle sind gleichzeitig da ich führe mein reales leben in einer digitalen welt ein leben wo ich dich klicken kann und du mich